Das Jahresende steht an und für uns Investoren bedeutet das nochmal zu prüfen, ob wir nicht noch die eine oder andere Steueroptimierung durchführen können. Dabei ist die Ausnutzung des Steuerpauschbetrags häufig ein mächtiges Werkzeug. Doch wie können wir diesen bestmöglich ausnutzen? Lohnt es sich wirklich ETF-Anteile zu verkaufen? Und was gilt es hierbei sonst noch zu beachten? Genau darum soll es im heutigen Video gehen. Also bleibt dran! Hey, ich bin Mick und willkommen zurück auf diesem Kanal. Hier teile ich mit dir meine gemachten Erfahrungen rund um die privaten Finanzen. Heute geht es um ein steuerliches Thema, weshalb ich nochmal herausstellen möchte, dass ich kein Steuerberater bin, sondern dir lediglich meine Interpretation darstelle. Fangen wir direkt mit den Grundgedanken an. Wir alle haben jährlich, Stand heute, einen Sparerpauschbetrag in Höhe von 801 Euro. Bei Verheirateten liegt dieser Betrag beim Doppelten. Also 1.602 Euro. Bis zu diesem Betrag müssen Gewinne nicht versteuert werden. Darüber hinausgehende Gewinne werden mit der Kapitalertragssteuer plus Soli plus gegebenenfalls anfallender Kirchensteuer versteuert. Achte aber, dass in diese Summe alle erhaltenen Kapitalerträge einfließen. Auch die von deinen Tagesgeldkonten, Festgeldkonten und sonstigen Anlagen. Es wäre also smart, diese Pauschale jedes Jahr auszunutzen. Das kannst du auf verschiedene Wege realisieren. Zum einen kannst du bei ETFs zum Beispiel auf ausschüttende Varianten setzen. Was bedeutet, dass du regelmäßige Dividendenzahlungen erhältst und damit den Sparerpauschbetrag komplett ausnutzen könntest. Nehmen wir hier das Beispiel der ausschüttenden Variante vom FUZI All World. Hier liegt die Prognose für die Ausschüttungsrendite für das Jahr 2021 bei 1,36%. Das heißt, du bräuchtest einen investierten Betrag von rund 84.000 Euro, um allein mit diesem ETF deinen Sparerpauschbetrag komplett auszunutzen. Es ist sicherlich ein guter Ansatz, diese Strategie bis zu so einem Depotwert zu verfolgen. Und anschließend auf einen thesaurierenden ETF zu wechseln, um so vom Steuerstundungseffekt zu profitieren, da du die Gewinne, die über 801 Euro hinausgehen, erst später realisierst und somit diese länger für dich arbeiten können. Hierbei sind Gewinne nach Teilfreistellung gemeint, aber dazu später mehr. Es gibt noch eine zweite Variante. Wenn du nämlich ausschließlich reinvestierende, also thesaurierende ETFs besparst, weil du zum Beispiel es lieber magst, nur eine Position im Depot zu haben, kannst du zum Jahresende hin deine Gewinne realisieren und anschließend den gleichen ETF wiederkaufen. Mal ein Beispiel dazu. Angenommen, du hast einen Depotwert von 5000 Euro mit 700 Euro Gewinn. Na, eindeutig, nicht wahr? Du kannst sofort die 5000 Euro verkaufen und hast somit die 700 Euro Gewinn steuerfrei eingefahren und kaufst dann einfach erneut für 5000 Euro Anteile vom gleichen ETF. Beachte hierbei aber folgendes. Erstens fallen Transaktionskosten an. Das heißt, du musst natürlich für jeden Kauf bzw. Verkauf Gebühren zahlen. Bei klassischen Brokern sind dies meistens variable Kosten, zum Beispiel in Höhe von 0,25% je Kauf bzw. Verkauf, was bei unserem 5000 Euro ca. 25 Euro entsprechen würde. Bei Neo-Brokern wie Trade Republic oder Scalable Capital liegen diese Kosten meist bei 1 Euro. Ergo würdest du hier für beide Transaktionen 2 Euro zahlen. Soweit so gut. Beachte aber auch, dass es noch einen Spread gibt und der Kauf, sprich Brief und Verkaufs, also Geldkurs, sich unterscheiden. Diese Kosten fallen also indirekt zusätzlich an. Diese liegen bei gängigen Produkten bei, sagen wir mal, 0,05%. Aber Achtung, außerhalb der Handelszeiten der Referenzmarktbörsen, also zum Beispiel bei Xetra von 9 bis 17.30 Uhr, liegt dieser Spread deutlich höher. Am besten wäre es, wenn du an einem normalen Wochentag zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr handelst, da zu dieser Zeit ebenfalls die Börsen in den USA geöffnet haben. Okay, aber betreibe ich hier keine Marktmanipulation? Naja, zunächst einmal, du bist natürlich vermutlich ein sehr kleiner Fisch. Und um den Markt zu bewegen, musst du schon viel Geld da hin und her schieben. Aber damit es hier keine Ungereimtheiten mit dem Finanzamt gibt und du über jeden Wash-Trade-Vorwurf erhaben bist, solltest du zwischen Verkauf und erneuten Kauf ein oder zwei Tage vergehen lassen. Klar könnte sich in dieser Zeit der Kurs ändern, aber das Risiko können wir als langfristige Investoren eingehen. Übrigens würde das Finanzamt das auch nur dann mitbekommen, wenn sie weitere Unterlagen von dir anfordern. Aber mit diesem Vorgehen bist du meines Wissens nach safe. Kommen wir nun zum zweiten Beispiel, das etwas komplexer ist. Du hast einen Depotwert von 10.000 Euro und 2.000 Euro Gewinn. Würdest du nun hier auch die kompletten 10.000 Euro verkaufen, hättest du 1.144 Euro steuerfrei und müsstest auf die verbleibenden 886 Euro Kapitalertragssteuer zahlen. Das gilt natürlich nur, wenn du nicht mit anderen Kapitalerträgen bereits über den 801 Euro liegst. Aber wie komme ich nun auf diese Werte? Hier ist die Teilfreistellung zu beachten. Hat der ETF eine Aktienquote von über 51 Prozent, erfolgt eine Teilfreistellung von 30 Prozent. Wir können also zur Berechnung der Steuerlast 30 Prozent von den 2.000 Euro Gewinn abziehen. Das sind 600 Euro und somit verbleiben noch 1.400 Euro Gewinn für unsere steuerliche Betrachtung. Davon ziehen wir 801 Euro ab, so bleiben noch 599 Euro, die wir mittels Kapitalertragssteuer plus Soli plus gegebenenfalls Kirchensteuer versteuern müssen. Stellt sich nun die Frage, wie bekommst nun du also die Anzahl der Anteile heraus, die du verkaufen musst, um möglichst nah, aber knapp unter dem Freibetrag von 801 Euro zu kommen. Hier kommt das FIFO-Prinzip ins Spiel. Wirklich? Es wird noch komplexer? Keine Angst, ich habe dir eine Excel-Datei verlinkt, mit der du dir die Anteile ausrechnen kannst. Aber zum Verständnis, FIFO steht für First In, First Out und bedeutet, dass Anteile, die zuerst gekauft worden sind, auch als erstes wieder verkauft werden. Wenn du also beispielsweise monatlich per Sparplan ein Fondanteil kaufst, dann hast du nach einem Jahr 12 Fondanteile. Wenn du nun 10 Fondanteile verkaufst, kannst du nicht bestimmen, dass der Wert des 12. Fondanteils genommen wird, sondern es wird zunächst der Wert des 1. Fondanteils genommen, dann der Wert des 2. Fondanteils und so weiter bis zum 10. Das bedeutet, du musst genau nachvollziehen, welche Anteile wie viel Gewinn erwirtschaftet haben und dies bei deiner Berechnung mit einbeziehen. Wie berechnen wir nun also die Anteile? Dafür habe ich dir folgende Excel gebaut. Jedes Tabellenblatt entspricht hierbei einem Titel. Hier zum Beispiel den FUZI All World in der thesaurierenden Variante. In dieser Spalte trägst du das Kaufdatum ein, in der daneben die gekauften Anteile und in der daneben den zugehörigen Kaufpreis. Anschließend trägst du hier oben den aktuellen Kurswert ein und kannst hier so lange mit den Anteilen spielen, bis du in ganzen Beträgen nahe an die 1.144 Euro kommst. Natürlich ist die Excel nicht perfekt, da sie eventuell gezahlte Vorabpauschalen nicht berücksichtigt und der Vollständigkeit halber müsstest du auch eventuell getätigte Zwischenteilverkäufe eintragen. Aber ich hoffe, es hilft dir beim Verständnis und der Überschlagsberechnung. Kommen wir nur noch zur Frage, ob und wann sich das Vorgehen eigentlich lohnt. Grundsätzlich sind bei der Entscheidung, ob ein Verkauf von ETF-Anteilen zum Jahresende hin sich lohnt, zwei Effekte zu berücksichtigen. Auf der einen Seite die potenzielle Steuersparnis von maximal 200 Euro, da im besten Fall 25% Kapitalertragsteuer von den 801 Euro gespart werden können. Der anderen Seite die damit einhergehenden Kosten durch Kauf bzw. Verkauf sowie dem Spread. Wie bereits erwähnt liegen diese Kosten bei klassischen Brokern für den Kauf bzw. Verkauf häufig bei ca. 0,25% zuzüglich einem Spread von 0,05%. Bei Neo-Brokern liegen diese bei 1 Euro je Kauf bzw. Verkauf und zuzüglich dem gleichen Spread. Ergo ergeben sich bei voller Ausnutzung ein Nettoertrag von 180 bis 196 Euro je nach Anbieter. Kommen wir nun zum Fazit. Insgesamt kannst du dir also merken, dass wenn deine Gewinne vor Teilfreistellung geringer als 1.144 Euro liegen, du dein komplettes Depot ganz verkaufen und anschließend wieder kaufen kannst, ohne in die Gefahr zu laufen, deine Steuerlast zu erhöhen. Je höher die Gewinne sind und je niedriger das Volumen, das du verkaufst und erneut kaufen möchtest, desto höher kann die Steuerersparnis für dich ausfallen, wobei diese maximal bei 200 Euro liegen. Letztlich musst du für dich entscheiden, ob du das Risiko der Kursschwankungen eingehen möchtest, ob du bereit bist, diesen Prozess jährlich zu wiederholen und ob du mit der Rechenungenauigkeit durch das FIFO-Prinzip zurechtkommst. Verdienst du insgesamt unter 10.000 Euro pro Jahr, solltest du dich außerdem noch mit der Nicht-Veranlagungsbescheinigung beschäftigen und wenn dein persönlicher Einkommenssteuersatz unter 25% liegt, ergibt es außerdem Sinn, die günstige Prüfung zu beantragen. Wer dich mehr zu diesen Themen interessiert, dann schau mal unten in die Infobox oder kontaktiere deinen Steuerberater. Ich danke dir für deine Zeit und freue mich, dich in einem weiteren Video erneut begrüßen zu dürfen. Viel Spaß beim Rechnen und bleib gesund! Bis zum nächsten Mal!